Hallo Leute! Wir wenden uns heute an Leute, die gerade erst angefangen haben, Deutsch zu lernen. Wenn ihr anfangt, Deutsch zu lernen, müsst ihr immer zu dem Nomen auch den Artikel lernen. Das ist sehr wichtig, denn wenn ihr zum Beispiel das Wort Schwert habt, müsst ihr wissen, dass es das Schwert ist und nicht die Schwert oder der Schwert. Wir gehen jetzt durch die Schule und zeigen euch verschiedene Gegenstände, die wir mit dem Artikel benennen. So könnt ihr den Artikel lernen. In diesem Video geht es nur um den Nominativ. Der antwortet auf die Frage, wer oder was. Wer bist du? Ich bin das Mädchen. Und was ist das? Das ist das Handy. Was ist das? Das ist die Tür. Das ist die Tasche. Was ist das? Das ist die Tasche. Und was ist das? Das ist der Schlüssel. Das ist der Lehrer. Wer sind Sie? Ich bin der Lehrer. Das ist die Pfandflaschen-Sammelbox. Was ist das? Das ist die Pfandflaschen-Sammelbox. Und was ist das? Das ist die Pfandflasche. Das ist der Dichter. Wer ist das? Das ist der Dichter. Das ist der Besen. Was ist das? Das ist der Besen. Und was ist das? Das ist der Müll. Was ist das? Das ist das Bild. Was ist das? Das ist die Hand. Was ist das? Das ist die Hand. Das ist die Leiter. Was ist das? Das ist die Leiter. Das ist das Bild. Was ist das? Das ist das Bild. Was ist das? Das ist der Brief. Und was ist das? Das ist der Briefkasten. Was ist das? Das ist die Rutsche. Aha.